Der Mac und Gaming, beide wollen nicht so recht zusammenkommen, auch wenn Apple seit Jahren immer mal wieder Spieleankündigungen hat und verschiedene Initiativen in diese Richtung startet, bleibt Mac und Gaming ein komisches Gespann. Und das ist zumindest für die Leute, die gerne am Mac spielen würden, ist das ein bisschen schade und auch schwer verständlich. Und wir wollen heute in Episode 51 des Mac & i-Podcasts ein bisschen darauf eingehen, was da eigentlich die Gründe dafür sind, welche neuen Initiativen Apple jetzt für macOS 14 gestartet hat und die schon ein bisschen greifbar sind und ob das Ganze eigentlich eine Änderung bringen wird und wir mehr Spiele auf dem Mac sehen. Ja, herzlich willkommen zu Episode 51 des Apple-Podcasts von Mac & i. Mein Name ist Leo Becker, nicht Malte Kirchner. Malte ist in Urlaub, schönen Urlaub von dieser Seite aus. Heute zu Gast habe ich meinen Kollegen Holger Zelder, der sich sehr lange schon mit Mac und Gaming auseinandersetzt. Hallo Herr Holger. Hallo Leo. Ja, du als jemand, der auch spielt und auch mal auf dem Mac spielt, wo sind wir 2023 mit Mac und Gaming eigentlich angekommen? Es ist durchwachsen, um es mal diplomatisch auszudrücken. Es kommen immer noch vereinzelt Mac-Spiele auf den Markt, aber die großen Blockbuster-Titel, die man von Windows oder Playstation, Xbox und Nintendo kennt, die kommen selten oder wenn überhaupt dann auch nur mit großer Verzögerung, wie es eigentlich auch schon früher war. Und Apple hängt immer noch dem Ruf an, dass Macs eben nicht spieletauglich sind, was zumindest hardware-seitig nicht mehr ganz stimmt. Aber dazu kommen wir ja später vielleicht nochmal. Also das große Problem ist momentan eher das Angebot, was auf den Maschinen, was für Mac-OS vorliegt. Ja, an dem sich eigentlich leider nichts, nicht richtig was gebessert hat, trotz all der vielen verschiedenen Bestrebungen im Laufe der Jahre. Ja, das ist ein relativ mühsam zu beobachtendes Phänomen, dass da kaum eine Wandlung bis jetzt passiert ist. Aber jetzt hat Apple natürlich zumindest durchblicken lassen, dass sie, oder sagen wir mal, sie haben neue Initiativen gestartet, um zu versuchen, halt weitere Spiele auf den Mac oder auf Mac-OS zu locken. Und sie hatten ja auch auf der WWDC mit Hideo Kojima jemand sehr, sehr Relevanten auf der Bühne, der da sein, also der ja praktisch, also ich denke mal Metal Gear ist so eigentlich das, wofür er hauptsächlich bekannt ist, aber jemand, der halt wirklich, also eine Koryphäe der Spieleentwickler, wenn du so willst, und der natürlich auch ein gewisses Gewicht hat, wenn der sich auf die Bühne stellt und diese Ankündigung macht, dass er halt auch in Zukunft neue Titel halt einfach auf den Mac bringen will. Also Kojima ist ja vor allem ein Begriff von vielen Konami-Titeln, auch was nicht nur eindrucksvolle Spiele angeht, sondern vor allem Spiele mit wahnsinnigem Storytelling, also die auch sehr tiefgehend sind und die schon teilweise Hollywood-reife Plots und Plot-Twists bereithalten. Genau. Ja, also auf der WWDC gab's wieder neue Ankündigungen, dass Apple mehr in Richtung Gaming machen will. Auch im letzten Jahr gab's bereits schon erste Ankündigungen. Apple arbeitet ja schon, hat ja auch eigene Frameworks, während unter Windows eigentlich alle Spiele unter DirectX 12 laufen, oder unter DirectX, unter der Schnittstelle, hat Apple keine DirectX-Unterstützung, sondern etwas Eigenes, was man sich Mittel nennt. Also diese Grafik-Schnittstelle, die eben für Beschleunigung von Grafik und dergleichen zugänglich zuständig ist. Und da gab's schon im letzten Jahr erste Ankündigungen, dass Spiele das nutzen können, eine Funktion namens Mittel Upscaling, dass sie eben die Spielperformance wesentlich beschleunigen sollen. Die ersten Titel, die das genutzt haben, oder der erste Titel war Resident Evil Village, was aber letztlich nur ein Port ist von einem inzwischen drei Jahre alten Spiel. Und Norman Sky, was jetzt auch vor kurzem rauskam für den Mac, nutzt es auch. Allerdings ist Norman Sky noch älter. Ich glaube, fünf Jahre, sechs Jahre. Also es gibt's auch schon relativ lang. Und es ist natürlich ein großer Titel. Zwischen der Ankündigung und der, also zwischen Apples Ankündigung und dann der Veröffentlichung lag ja jetzt dann auch nochmal, so wie du sagst, das ist ja auf der letzten Entwicklerkonferenz, auf der letzten WWDC angekündigt worden. Jetzt kam's vor der diesjährigen WWDC, kam's ja gerade noch so schnell raus. Genau. Was Apple jetzt dieses Jahr neu angekündigt hat, waren für den Mac, waren gleich zwei Dinge im Spielbereich. Zum einen ein Gaming-Mode in macOS Sonoma, der Spielen unter macOS ihre Priorität einräumen soll. Sprich, dass sie eben auch das letzte bisschen Leistung rauskitzeln können, dass die Latenz von Bluetooth-Controllern gesteigert wird und dass Spiele eben noch schneller laufen. Das Zweite, was sich eigentlich an Entwicklern, nicht an den Endverbraucher richtet, ist das Gameporting-Toolkit. Das ist so ein Toolkit oder eine Laufzeitumgebung, die da in den Entwicklern dabei helfen soll, zu schauen, ich hab hier ein Windows-Spiel und ich überlege, das auf dem Mac zu portieren. Wie hoch ist eigentlich der Aufwand und wie gut läuft das Ganze? Und in dieser Umgebung kann man unter macOS Sonoma aktuelle Spiele, die so unter Windows laufen, da wird X12-Spiele, direkt ausführen. Und das geht mit teils sehr guter Performance auf aktuellen Macs. Ja, es ist halt interessant, dieses Gameporting-Toolkit ist etwas, was wir zumindest in dieser Form, glaube ich, von Apple, naja, also zumindest noch nicht in diesem Umfang, glaube ich, noch nicht gesehen haben. Und natürlich wurde sich da auch gleich drauf gestürzt und es gibt natürlich von Entwicklerseite da auch viel, ist viel in Bewegung geraten, um es halt auch einfacher zu machen. Und natürlich hat es dazu geführt, dass erste Leute natürlich versucht haben, einfach möglichst viele Windows-Titel letztlich eins zu eins erstmal auf dem Mac laufen zu lassen oder besser gesagt zu schauen, wie gut sie halt laufen. Also einfach irgendwie aus Steam heraus zu installieren und sich mal anzuschauen, ob man das überhaupt spielen kann. Und man kann, glaube ich, vorsichtig sagen, ja, man kann erstaunlich viel irgendwie schon mal spielen. Natürlich darf man sich da auch keine Wunder erwarten, weil die Spiele sind halt nicht angepasst. Und es ist ja von Apple auch nicht so konzipiert. Also dieses Gameporting-Toolkit ist ja keine Software, die irgendwie für Endkunden gedacht ist. Und es ist auch nicht so, als hätte Apple jetzt irgendwie gesagt, ja, das machen wir zum Teil von macOS und dann lässt du halt einfach deine Windows-Spiele, die packst du halt einfach in dieser Umgebung, lässt du die einfach laufen. Sondern das ist ja wirklich spezifisch eigentlich für Entwickler gedacht, um überhaupt mal einen Eindruck zu bekommen, wie läuft denn mein Spiel in macOS. Genau. Also Apple ist ja auch nie herangegangen und hat gesagt, hier, liebe Kunden, ihr könnt jetzt hier das Windows-Spiel spielen. Und es ist ganz einfach. Es richtet sich, wie du schon sagtest, wie ich auch gesagt habe, an Entwickler. Und Apple findet ja auch das Rad da nicht neu. Letztlich benutzen sie da Wine, beziehungsweise Crossover, oder denselben Code als Basis, was eigentlich schon vorliegt. Also es gibt ja schon Projekte in dieser Linux-Laufzeitumgebung Wine, Windows-Programme oder eben auch Spiele unter macOS ausführen zu lassen, macOS auszuführen. Und da gibt es seit Jahren eine Community, die eben immer testet, was funktioniert, was funktioniert nicht. Neu ist eben, dass es relativ publik ist, durch diese VWD-C-Ankündigung natürlich. Aber klar, Apple rückt da auch wieder den Fokus und sagt, hier, unsere Rechner sind übrigens jetzt auch schnell genug für Spiele. Und liebe Entwickler, guckt mal. Und wir geben euch jetzt auch was an die Hand, dass ihr einfach mal schauen könnt, wie gut geht das. Und ich glaube, Apple spricht da auch einen wesentlich, einen ziemlich wichtigen Punkt an. Es ist für Entwickler natürlich immer ein Aufwand, ein Spiel für eine Plattform anzupassen. Es ist ja eine Gratwanderung, die sie letztlich mit dem Gameporting-Toolkit fahren. Weil wenn das Gameporting-Toolkit zu gut ist und einfach theoretisch in das Betriebssystem integriert wäre, sodass jeder sowieso das einfach zur Verfügung hätte, dann könnten sie ja in diese Problematik reinrutschen, dass Leute halt einfach anfangen, zumindest irgendwie simple Windows-Spiele halt einfach so auf ihrem Mac zu spielen. Und natürlich die Entwickler überhaupt keine Motivation haben, die zusätzlich für macOS anzupassen, wenn die so bar... Also ich meine, das geht natürlich nicht für die super AAA-Titel, aber das wird vielleicht irgendwie so für eine ganze Reihe oder vielleicht für ein Strategiespiel. Es gab ja so ein paar Sachen, die durchaus solide gelaufen sind, wo du sagst, okay, das kann man so schon spielen auf dem Mac mit diesem Gameporting-Toolkit. Allein so in unangepasster Form die Windows-Version. Und ich meine, dann wirst du als Entwicklerstudio, setzt du dich dann natürlich vielleicht auch hin und sagst, ja gut, dann brauchen wir jetzt natürlich uns auch nicht die Mühe zu machen, da irgendwie Wochen, Monate oder wie lange auch immer reinzustecken, um unser Spiel wirklich ernsthaft halt für macOS anzubieten. Siehst du diese Gefahr da mitschwingen? Ja und nein. Es ist ja auch nicht so, dass große Entwicklerstudios nie auf dem Mac zu Hause waren, aber die haben letztlich Apple den Rücken gekehrt, weil schlicht die Zahlen nicht gepasst haben. Also der Aufwand, den man reinstecken muss, um ein Spiel zu supportieren, der ist eben auch nicht zu unterschätzen. Und schließlich mussten auch Sachen getestet werden, wenn sie eben umgestellt würden. Ich meine, viele Spiele werden in Unity erstellt. Und um es mal grob zu vereinfachen, ist natürlich nicht der hundertprozentige Workflow, aber letztlich sagt man dann Ausgabequelle macOS oder Windows und passt das dann noch ein bisschen an. Aber das Testen, weil sich im Test, den man dann auch noch dranhängen muss, da tauchen dann immer noch mal Sachen auf, die vielleicht nicht spielentscheidend sind, aber durchaus lästig. Dass zum Beispiel Texturen nicht vernünftig angezeigt werden, dass auf einmal Farbverfälschungen sind, dass irgendwelche braunen Kisten lila aussehen oder dass du irgendwelche Artefakte hast, einfach weil es mir im Betriebssystem schon anders anbietet. Das ist ein großer Aufwand für Entwicklerstudios und das Budget ist da oft nicht da, gerade wenn sich das auch nicht rechnet in Käufen. Und als Apple noch keine eigenen Chips hatte und Intel-Prozessoren benutzt hat, da war häufig das Problem, dass die meisten Macs nur eine eigene gebaute Intel-Grafik hatten und keine schnelle Grafikkarte. Und dadurch waren eben viele Triple-Aten-Titel von Anfang an raus. Oder war die Zielgruppe viel zu klein dafür. Und viele große Studios, zum Beispiel Activision Blizzard, die früher traditionell immer zeitgleich eine macOS-Version von ihren Titeln rausgebracht haben, die haben dann peu à peu die Mac-Entwicklung nicht mehr weiter fortgeführt. Also man denke mal an Diablo, da gab es bis einschließlich Teil 3. Jeden Teil und jedes Add-on pünktlich zum Start auch für macOS. Diablo 4 ist nicht mehr für den Mac-Entwicklung erschienen und wird wohl, so wie es aussieht, auch nicht mehr für den Mac entwickelt werden. Auch Overwatch, dieser Multiplayer-Shooter, der wurde nie für den Mac entwickelt. Hingegen Kartenspiel wie Hearthstone, das wurde für den Mac entwickelt und auch gleich weitergepflegt. Und Diablo Immortal, also die Smartphone-Version, die kam auch gleich für iOS raus. Aber der Mac als Plattform war lange Zeit sehr unattraktiv und ich glaube, die Entwickler haben dann Apple als Plattform fallen gelassen, auch wenn es dann zwischendurch immer wieder mal Bemühungen gab, entsprechende Titel zu portieren. CD Projekt Red, die früher die Witcher-Teile hatten, die ersten beiden Teile erschienen für den Mac, und Witcher 3 oder auch Cyberpunk 2077, was ja nun wirklich sehr gehypte Spiele sind, kam nie auf den Mac. Ja, ich meine, Cyberpunk ist natürlich wahrscheinlich von den Systemvoraussetzungen auch so, dass es wirklich schwierig ist. Also das ist ja auch natürlich ein Basisproblem, so wie du eben schon sagst, mit den Intel-Generationen, gerade von den MacBooks war es ja einfach, konntest du einen ganzen Berg an Spielen, konntest du praktisch ausschließen. Und das hat sich ja jetzt mit den M1 und M2 vor allem aufwärts, dann fängt an, sich zu ändern. Jetzt je mehr halt diese Geräte im Markt sind und sich verkaufen, und die haben wir jetzt seit Herbst 2020, gibt es halt diese M-Chip Macs, und damit wächst dieser Markt auf jeden Fall, der so eine gute Basis schon hatte. Und früher brauchtest du dann halt irgendwie einen großen Mac Pro-Kiste und musstest deine eigene Grafik reinbauen. Oder ich meine, auch beim iMac waren ja die Grafikkarten, ich meine, Apple hat sich halt auch nie wirklich bemüht, da eine Grafik reinzubauen, die halt hochwertig spezifisch auch für Spiele in irgendeiner Form ausgelegt ist. Und ich bin halt erstaunt, und Blizzard ist, glaube ich, ein gutes Beispiel, und Blizzard und Diablo, dass da bei Apple nicht alle Alarmglocken losgegangen sind, als sie gemerkt haben, okay, Diablo 4 wird nicht für macOS erscheinen. Da muss doch irgendwo bei Internet, also ich meine, irgendjemand bei Apple muss doch Internet drüber nachgedacht haben und gemerkt haben, okay, das ist irgendwie ein Schnitt, der so ungünstig ist für unsere Plattform, wenn du halt in diesem Spiele-Ding auch präsent sein möchtest, dann kann doch einfach mal jemand hinfahren zu Blizzard und sagen so, hallo, hier sind unsere Geldsäcke, könnt ihr nicht irgendwie Diablo 4 halt auch auf den Mac bringen? Also das ist für mich völlig unverständlich, wieso sie diese solchen Züge, die einfach so offensichtliche Kipppunkte sind, warum sie die einfach haben abfahren lassen. Ich weiß nicht, ob du da irgendeine Idee hast, was da vorgegangen ist. Das scheint einfach keine Priorität zu besitzen. Es ist immer ein zwiespältiges Verhältnis, was Apple mit Gaming hat. Zum einen ist es schon wichtig, was wir eben sagen, unser Mac ist ein vollwertiger Computer und der kann eben alles. Das heißt eben auch spielen. Aber gleichzeitig ist das Verhältnis zu den Entwicklern immer so ein bisschen angespannt, weil Apple ja auch dafür bekannt ist, relativ rigoros alte Zipfe abzuschneiden, sprich alte Unterbauten vom System zu entfernen, ersatzlos oder eben nur eine kurze Karenzzeit anzubieten und viele Entwickler dann auch den Aufwand scheuen, später nochmal nachzubessern. Ein großes Beispiel war zum Beispiel der Wechsel von 32 auf 64 Bit in Mac OS als Unterbau oder auch in iOS letztlich, wo es ja sogar noch was früher, ja doch. Also da sind sehr große Steam-Bibliotheken über Nacht quasi wertlos geworden, weil sämtliche Mac-Title auf einmal nicht mehr ausführbar waren. Und die Entwickler haben nur in den seltensten Fällen nachgebessert. Es gibt Hersteller wie zum Beispiel Eidos Crystal Dynamics, die dann auch ältere Spiele nochmal angepasst haben auf neue Plattformen. Die Tomb Raider-Reihe zum Beispiel, also diese Tomb Raider Remakes, die laufen unter Entel unter Armex und eben die waren früher auch noch teilweise für 32 Bit programmiert und laufen auch jetzt noch wunderbar. Aber das ist ja auch nur eine Ausnahme. Also die meisten Hersteller bringen ein Mac-Spiel raus, patchen vielleicht ein, zwei Mal nach und das war's. Ja. Gleich das ist ... Ja, ich glaube, dass Apple das einfach nicht gesehen hat, weil iOS-seitig ist es halt so, da springt, also ich meine, da fährt sowieso alle Apps oder alle Spiele, die halbwegs in Entwicklung sind, die haben ja diesen Schritt auf ... Also ich meine, da ist auch super viel mit dem Wechsel von 32 auf 64 oder also auf 64 als Mindestvorausseher, als Minimum, ist ja natürlich auch ein Berg an Software weggefallen. Aber das war, glaube ich, deutlich weniger merkbar, weil halt das Angebot so riesig ist, auch das Angebot an Spielen und alles, was halt irgendwie halbwegs aktuell ist, hat da den Schritt, glaube ich, sehr schnell gemacht. Während du auf dem Mac halt diese riesige Bibliothek und in Steam zum Beispiel halt hattest, die dann plötzlich halt nicht mehr gelaufen ist und wo halt sich dann auch niemand mehr darum gekümmert hat oder zumindest den Aufwand, keine Lust hatte, der Aufwand sich nicht gerechnet hat oder sich nicht zu rechnen scheint. Unter iOS allerdings ist Apple ja auch momentan der einzige Verkäufer von Spielen, wenn es nicht gerade irgendwelche Web-Apps sind. Also wenn sie sich dort mit allen Entwicklern komplett verschärzen würden, hätten sie einfach nichts mehr im Regal liegen, um es mal ganz platt zu sagen. Unter MacOS oder unter einem normalen Computer ist es ja so, dass die Spiele hauptsächlich auf Steam verkauft werden, dann unter Good Old Games und auch noch über Epic. Über den Epic Games Store, da geht eben viel an Apple vorbei. Also man muss ja auch dazu sagen, dass der Mac-App-Store jetzt nicht unbedingt die Nummer-eins-Quelle für Software ist. Ja. Abgesehen von Apple-eigener Software. Also sehr viele Apps, die verkauft werden, kommen halt von woanders. Was sicherlich auch ganz nach Apples Vorstellung ist, aber das wird zumindest immer noch hingenommen. Ja. Da kümmert sich Apple einfach weniger darum, was dann auf anderen Stores passiert. Die sagen letztlich, sagen sie nur, passt eure Apps an, fertig, aus. Ja. Ja, klar. Das ist natürlich in Apples eigenem, Apple schert sich sehr wenig darum, was bei Steam passiert. Das ist schon klar. Aber das ist natürlich auch ein Element, wie du halt weniger Spiele auf deiner Plattform bekommst, ist, wenn du halt eben nicht diese anderen, jetzt auch auf Spiele spezialisierten Stores, in irgendeiner Form nicht unbedingt bevorzugt behandelst, aber zumindest irgendwie als Plattformanbieter auch unterstützt, indem du halt sagst, es ist gut, dass wir Steam in macOS haben. Es ist gut, dass wir diese anderen Game Stores haben und die nicht irgendwie unter den Tisch fallen lässt. Mit Epic ist es halt interessant, weil sie da so dermaßen über Fortnite in iOS halt aneinander geraten sind und da halt letztlich alle Brücken verbrannt haben. Also ich meine, da war ja nicht nur, dass sie halt natürlich Fortnite, ich meine, die Provokation war da, weil Fortnite hat ja die eigene Bezahlungsstelle eingebaut, großer Tabubruch für den App Store und dann haben sie halt den Rauswurf natürlich, haben sie Fortnite rausgeworfen, aber sind natürlich noch weitergegangen und haben nicht nur Fortnite rausgeworfen, sondern praktisch auch den Entwickleraccount von Epic Games gestrichen oder suspendiert oder wie man es auch immer nennen möchte und dann zusätzlich sogar, ursprünglich geplant, natürlich alle Epic Games Entwickleraccounts zu sperren und damit auch Unreal Engine halt von macOS zu tilgen oder die Weiterentwicklung der Unreal Engine unter macOS halt zu verhindern. Und damit haben sie, glaube ich, einen Berg von den letzten wenigen Brücken, die noch bestanden, haben sie da, glaube ich, zu der Gaming-Welt, haben sie da auch endgültig verbrannt. Weil das war also ein so, zumindest aus meiner Perspektive, so radikales Vorgehen, wo sie weit, weit über ihr Ziel hinausgeschossen sind. Egal, was jetzt die spezifische Streitigkeit mit Epic Games wegen Fortnite war. Also ich meine, so bist du natürlich auch kein guter Gaming-Partner am Schluss, wenn du solche Sachen... Ja, so über die Stränge schlägst. Also da bin ich, da weiß ich nicht, ob sie da nochmal die Brücke bekommen. Ich meine, Fortnite ist seitdem natürlich verloren. Also das ist natürlich auf iOS verloren, weil du es da einfach nicht mehr... Also außer du hast irgendwie noch... Aber du kriegst ja keine Updates mehr und nichts mehr. Das Spiel ist praktisch kaputt, wenn du so willst. Oder du kannst halt nicht mehr in aktueller... Du kannst halt auch nicht mehr mit aktuellen... Also aktuell mit anderen Leuten zusammenspielen, weil sie alle auf vier weiteren Seasons sind. Und das ist alles kaputt. Und sich mal den Luxus zu gönnen, das größte und wichtigste Spiel im Moment, Multiplayer-Spiel, einfach so für Plattformen zu verbannen. Und nicht nur von einer, sondern sogar von Zweien. In Fortnite gibt es auch in der Mobile-Version, das gibt es überall. Und das ist schon eine Hausnummer. Und es wurde ja schon auch gespielt. Also es gab ja auch bei den Gerichtsverhandlungen zwischen den beiden Unternehmen sind ja auch die Zahlen rausgefallen, wie viel Geld da halt gemacht wird. Und ich meine, allein bei Apple sind ja irgendwie, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, sind irgendwie 300 Millionen Dollar halt Provisionen geblieben über die Verkäufe, die halt in iOS, in Fortnite gemacht wurden. Und das ist, also da ist viel Geld eigentlich mit verdient worden. Und natürlich auch von Epic Games Seite war es natürlich auch durchaus, sagen wir mal, ambitioniert zu sagen, es ist uns halt jetzt dann auch, wir provozieren jetzt praktisch unseren Rauswurf mit der, wir machen diese Strategie und nehmen dafür aber auch in Kauf, halt auf der Plattform einfach nicht mehr präsent zu sein. Also auf iOS, macOS spielt da wahrscheinlich sowieso nur eine kleine Rolle, aber halt auf beiden Plattformen nicht mehr da an der Art zu sein. Das ist halt die Situation, in die wir gerannt sind. Und dieses Verfahren läuft da jetzt seit Jahren und es ist immer noch nicht abgeschlossen, zumindest noch nicht ganz abgeschlossen. Und ich weiß nicht, ob wir, ich meine, Fortnite ist halt ein Spiel, aber es ist natürlich, also wie du schon sagst, es ist natürlich ein sehr großes, schon ein sehr wichtiger Titel. Und ich weiß nicht, ob wir das jemals wieder in der sinnvollen Form auf Apples Plattformen sehen werden. Darauf würde ich jetzt keine Wetten eingehen. Ich glaube, da sind die Lager auch zu sehr verhärtet, aber gleichzeitig macht Apple ja trotzdem Anstrengungen, andere Publisher oder andere Entwickler an sich zu binden. Konami zum Beispiel ist ja jetzt wieder sehr präsent unter macOS, gerade mit der Importierung von Death Stranding oder eben auch von Resident Evil, aber auch bei Apple Arcade. Da kamen ja einige Titel von Konami, auch exklusiv. Man wird sehen, was in Zukunft kommt. Seit Jahren ist der zum Beispiel auch der größte Publisher EA Games nicht mehr auf dem Mac aktiv, außer mit homeopathischen Updates für die Sims 2, was ja nun auch sehr alt ist. Was auch ein bisschen älter ist, ja. Das ist auch sehr skurril, aber bei anderen großen Publishern kommt eben auch nichts. Gleichzeitig gibt es aber auch eine große Indie-Szene, die eben zeitgleich auch für macOS entwickelt. Also ganz abgeschrieben ist es ja nicht. Und viele kleine Entwickler geben sich eben trotzdem Mühe und veröffentlichen ihre Titel noch für den Mac. Ja, ich glaube, Apples Idee ist so ein bisschen, dass ich, sie haben halt angefangen, eben mit dem Gameporting-Toolkit, die und auch mit ihren eigenen Chips praktisch die technische Seite, die technische Basis zu liefern und hoffen jetzt, glaube ich, einfach da drauf, dass letztlich dasselbe passiert, was halt in iOS passiert ist, dass die Plattform einfach insgesamt spannend genug ist für Entwickler und vielleicht dann auch lukrativ genug ist für Entwickler, um halt den Aufwand zu rechtfertigen, um halt ihre Spiele entsprechend dann eben auch auf macOS zu bringen, so wie sie halt in iOS sowieso dann, zumindest jetzt die Mobile-Games-Seite halt präsent natürlich alle sind, weil halt da auch extrem viel Geld verdient wird unterm Strich. Aber ich weiß halt nicht, ob gerade die Spielebranche, ob die nicht doch mehr eine Branche ist, die halt eben auch auf Partnerschaften und extrem auf einem persönlichen Verhältnis basiert, bis zu einem gewissen Grad, weil da, wenn du nicht dieses, wenn du das Spiel wirklich nicht mitspielst als Firma und da halt entsprechend halt auch einen großen Fokus intern halt draufliegst, dass du mit diesen Spielebuden und den verschiedenen Anbietern und Publishern auf gutem, auf gutem Fuße stehst und mit denen halt auch zusammenarbeitest, dann weiß ich nicht, ob wir wirklich vom Fleck kommen, außer jetzt Einzelankündigungen wie zum Beispiel eben von Konami. Also ich glaube, wenn du nicht gerade ein Studio bist, was zu einem großen Anbieter wie Sony oder Microsoft gehört und du eben darauf angewiesen, also du kommst nie ohne Partnerschaften aus. Klar, du kannst es dir ja auch nicht leisten, beispielsweise von Steam verbannt zu werden. Also es wäre ja auch so ein Todesstoß, wenn du nicht gerade groß genug bist und Ubisoft oder Activision Blizzard bist und deine eigenen Pendants hast. Aber es ist bei Apple traditionell immer etwas schwierig mit den Spielen, weil sie natürlich auch immer gerne Spiele herangezogen haben, um zu zeigen, guck, wie leistungsfähig unser Mac ist oder guck, wie leistungsfähig unser iPhone ist. Es geht ja nicht nur darum, die Leute da in der Freizeit zu bespaßen, sondern auch, um ein bisschen die Muskeln spielen zu lassen und zu sagen, guck mal, wie schnell unsere Chips sind. Und das hat Apple letztlich inzwischen. Das, was in einem MacBook Air von heute steckt, das kann man überhaupt nicht mehr mit dem vergleichen, was vor zehn Jahren in einem MacBook Air gesteckt hat. Damals war das eine bessere Schreibmaschine. Heute ist der Chip eigentlich identisch mit dem, was im Mac Mini oder MacBook Pro steckt. Mit kleinen Unterschieden, was vielleicht die Kern-Zwei-Kerne angeht und das Kühlsystem. Aber das ist durchaus schnell genug, um auch ein 3D-Spiel vernünftig laufen zu lassen. Es ist nur eben schwierig, wenn man schon im Vorfeld so viele Brücken abgerissen hat, die Entwickler zurückzuholen. Gleichzeitig macht Apple eben auch noch eigene Bemühungen mit Apple Arcade, mit seinem eigenen Spiele-Abo, gewisse Dienste anzubieten oder Spiele anzubieten. Und als Entwickler muss man sich eben schon überlegen, wie teile ich meine Ressourcen eigentlich ein? Und wo möchte ich hin entwickeln? Würdest du nicht, weil Apple Arcade ist ja auch ein gutes Stichwort. Also ich meine, da haben sie sich entschieden, den Schritt zu gehen, halt selbst nicht wirklich als Publisher in Erscheinung zu treten, aber halt eben einen Dienst auf die Beine zu stellen, der ja auch sehr prominent platziert ist. Er ist jetzt sein eigener Reiter im App Store. Also du siehst sofort Arcade und wenn du natürlich kein Abonnent bist, kriegst du sofort, willst du nicht abonnieren und die übliche Integration, die halt sehr tief geht. Und bei Apple ja genauso wie Apple Music halte ich, ich meine, du kannst halt deinen eigenen Dienst als Plattformbetreiber sehr schön positionieren und sehr prominent positionieren. Und sie sind ja da ein bisschen mit angetreten, mit so einem sehr hohen Ziel, da auch neue Gaming-Geschichten zu machen und Spiele, die halt Geschichten erzählen und halt nicht einfach irgendwie nur so Massenware ist. und haben natürlich auch gegengesteuert, gegen etwas, was sie ja selbst mit ausgelöst haben, nämlich dass halt Spiele nicht mehr wirklich gegen Geld verkauft werden, sondern Spiele halt kostenlos sind zum Runterladen und dann halt du in diesem Spiel halt irgendwelche 50-Euro-Kisten kaufst mit Juwelen oder Bonbons oder sonst irgendwas, was halt als In-Game-Spiele-Währung ist. Schlumpfbären, immer die Schlumpfbären. Ja, die Schlumpfbären gibt es immer noch. Also ich meine, all diese Sachen haben unglaublich viel Geld da in die Kassen gespielt, aber haben natürlich auch Spielmechaniken verändert und auch das Genre Spiel verändert oder zumindest eine eigene Art von Spiel kreiert, was sehr komisch ist. Und Apple Arcade war so bei der Präsentation, als sie damals den Dienst vorgestellt haben, war das ja in vielerlei Hinsicht ein Gegenpol zu all diesen Geschichten. Ja, keine In-App-Käufe, verschiedene Sachen. Und wir wollen eben, wir wollen richtige Spiele. Wir wollen kreative Spiele. Wir wollen Spiele, die eben ihre eigene Geschichte erzählen und die was zu sagen haben. Und davon ist nicht so viel übrig geblieben, wenn du Apple Arcade anschaust. Also ich meine, da haben sie irgendwann angefangen, irgendwelche klassischen Titel da wieder zurückzubringen, was nett ist für Leute, die jetzt lang auf dem iPhone unterwegs sind. Und das sind auch alles nette Spiele. Aber das ist jetzt irgendwie ... Also ich meine, davon geht Gaming keinen Schritt nach vorne. Das wirft nicht die Gaming-Welt über den Haufen, dass alle sagen, oh, Wahnsinn, jetzt muss ich Apple Arcade abonnieren, um irgendwie ein sieben Jahre altes iPhone-Spiel zu spielen. Es ist jetzt auch wieder die Frage, wie du Gaming definierst. Also das, was du und ich sich unter Gaming vorstellen, weicht wahrscheinlich eher von dem ab, was ein Apple Arcade-Abonnent unter Gaming versteht. Tatsächlich hat Apple da schon so eine Kehrtwende gemacht. Oder Kehrtwende ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber den Fokus dann schon mehr auf leicht zugängliche Casual-Games gelegt. Ähnlich wie Candy Crush, die ja zuhauf gespielt werden, aber dann eben ohne diese In-App-Pest auskommen. Einfach, weil die auch gut auf verschiedenen Plattformen laufen. Apple Arcade hat ja zum einen immer das Problem, es muss von der kleinsten Plattform bis zum großen Mac funktionieren. Also sowohl das älteste Apple TV 4, Apple Touch ist inzwischen raus, aber quasi das schwächste iPhone oder schwächste iPad. Und eben auch der aktuelle Mac Studio. Es muss auf allen Plattformen mehr oder weniger gleich gut laufen. Eine schnellere Plattform kann vielleicht noch mehr Texturen laden, aber eigentlich im Großen und Ganzen muss es überall reibungslos funktionieren. Und klar, du kannst dann sagen, dann ist irgendwie die gemeinsame, dann hast du eine Controller-Bedienung, das funktioniert auch alles irgendwie, aber das kann halt grafisch nicht so aufwendig sein wie ein AAA-Titel, den man jetzt irgendwie auf der PlayStation 5 oder der Xbox One spielt. Da macht man immer Unterschiede. Und diese Spiele sind auch noch wesentlich, also diese Triple-Air-Games sind ja auch noch wesentlich teurer in der Entwicklung. Die verbrennen irrsinniges Budget, was sie erst mal einspielen müssen, nah an Blockbuster-Produktionen, was Filme angeht. Und Apple Arcade soll für die ganze Familie sein. Das heißt, ich kann jetzt keinen blutigen Horror-Gore-Shooter da veröffentlichen, der da viele Gamer anlocken würde oder manche Gamer, auch nirgends nicht alle. Das heißt, das muss immer in gewissem Maße familientauglich sein. Ich glaube, das ist auch im Moment die größte Stärke von Apple Arcade ist eigentlich die Familienkomponente, dass du so einen Spielefundus hast, dem man auch Kindern relativ sorgenfrei geben kann, weil es halt eben keine Inselkäufe gibt und weil du diese Begrenzung nicht hast. Und auch die Spielemechaniken sind natürlich immer noch zu sehen, aber sie funktionieren. Du kannst dann einfach eben dir das Zeug halt einfach so zusammenklicken, was du sonst bezahlen müsstest. Und das ist natürlich, unter dem Aspekt ist es wahrscheinlich so, dass Apple Arcade vermutlich auch im Kontext von der Familienfreigabe und von Leuten, die eben Kinder in einem Alter haben, wo sie sagen, okay, die dürfen auch mal was spielen, kann man dann, funktioniert das auch. Aber als richtiges, also ich meine, als Hardcore-Gaming-Dienst funktioniert es natürlich nicht. Ich glaube, das ist auch klar. Und das ist auch eine Welt, in die Apple halt sowieso relativ wenige Kontaktpunkte hat oder Anknüpfungspunkte. Da werden wir sehen, ob sich da jetzt so viel ändert. Also es ist, ich finde den Gaming-Mode von macOS 14, finde ich interessant, weil der natürlich so ein Aushängeschild ist und der so ein bisschen, so ein Wink mit dem Zaun fahrt. So, ja, wir, wir, das ist wirklich wichtig für uns. Das ist so wichtig, dass wir das jetzt auch mal als so Front and Center in macOS in den Vordergrund stellen. Und auf der anderen Seite kannst du natürlich sagen, okay, warum passiert das halt erst mit macOS 14? Also ich meine, warum hat das so lange gedauert? Also ich meine, warum haben Spiele, also wie wenig Priorität hatten Spiele, dass die im Betriebssystem sozusagen immer halt sich ihre Ressourcen mit allem anderen Kram teilen mussten? Das ist ja eigentlich schon ein bisschen schade, dass es so lange gedauert hat. Und ich glaube, ja, ich glaube, meine große Frage ist am Schluss, ist eigentlich, braucht es überhaupt diese Spiele auf dem Mac? Also ich meine, dem Mac ging es eigentlich recht gut in den letzten Jahren. Und ja, der Plattform geht es gut. Also meine, softwareseitig ist der Mac auch in einem komischen Punkt insgesamt, weil wir noch nicht so recht wissen, wo die Reise hingeht. Und so richtige native Mac-Apps sind so auch eine Rarität inzwischen ein bisschen geworden. Also da ist ja auch viel natürlich, dass so elektronenbasierte Web-Apps von Diensten, die halt auf allen Plattformen präsent sind. Und die iPad-Apps, die halt so irgendwie mal besser, mal schlechter auf den Mac gebracht werden. Da sind wir so ein bisschen auch in der vermischten Welt. Aber ich frage mich halt gerade, würde der Mac ohne Gaming nicht auch einfach zurechtkommen? Könnte man das nicht auch einfach? Ist es auch einfach egal, ob Apple sich darum kümmert oder nicht? Ich glaube, im Grunde würde trotzdem noch irgendwas fehlen. Sicherlich der Großteil der Mac-Nutzer spielt wenig oder nicht am Mac. Oder zumindest nicht die großen Titel. Aber es gibt sicherlich den einen oder anderen Studenten oder auch jemand mit einem kleinen Budget, der dann meckert, aber sich dann eben nicht noch eine Konsole hinstellen will, der es vielleicht auch gar nicht will. Der aber schon mal hin und wieder irgendwie was spielen möchte. Also einen Markt gibt es dafür sicher. Und zu sagen, wir verschließen da jetzt erstmal grundsätzlich die Augen, oder ist es uns egal. Also das haben sie ja jahrelang gemacht, jahrelang mehr oder weniger so getan, als wäre die Plattform super und sie müssten dort nichts machen. Aber anscheinend gibt es dort immer noch eine gewisse Überzeugungsarbeit, die sie leisten müssen. Ja. Also ich würde, wahrscheinlich würde man es noch mehr, würde man doch irgendwas vermissen, wenn Apple jetzt sagen, und dann gibt es halt keine Spiele mehr, wir machen halt nur noch Design und Textverarbeitung, weil warum? Ja, ja. Warum soll man sich da künstlich einschränken? Es untergräbt natürlich die Idee des Computers als allgemeine Plattform, auf der halt jegliche Software in irgendeiner Form eine Berechtigung hat und laufen kann und sinnvoll ist. Ja, also wir werden auch das gespannt weiter verfolgen, was macOS 14 da mit Gaming macht und ob wir wirklich den, ich meine, als jemand, der das so lange immer beobachtet hat und so konstant halt enttäuscht wurde, fällt es mir schwer zu glauben, dass jetzt eine große Änderung einsetzt. Aber es ist schon so, dass sie gefühlt ein bisschen mehr als vorher gemacht haben. Wenn sie jetzt noch schaffen, diesen geschäftlichen Knackpunkt zu lösen und halt auch da zu sagen, das muss eigentlich intern, muss Spiele auf eine extrem hohe Stufe gehievt werden und so ähnlich, wie sie es halt mit TV Plus auch gemacht haben, dass sie halt Leute geholt haben, die wissen, wie halt Fernsehen funktioniert oder die wissen, wie Spielfilme und TV-Serien funktionieren. Da haben sich ja zwei Sony-Leute geholt, die sehr genau wissen, was man da tut. Und diesen zwei Sony-Leuten haben sie irgendwie ihr eigenes Studio gegeben und eine ganz eigene Bude, in der die machen können, was sie wollen, in Anführungszeichen. Und halt diesen Streaming-Dienst aus dem Boden gestampft, dem man ja vielleicht noch nicht von den Abo-Zahlen und Nutzerzahlen, aber von den Inhalten durchaus als einen Erfolg werten kann. Und bei Spielen haben sie das halt einfach absolut nicht gemacht mit Apple Arcade. Und genau das fehlt. Also sie müssten sich, eigentlich müssen sie so, genauso wie sich diese zwei Sony-Leute geschnappt haben, müssen sich eigentlich zwei Leute aus der Gaming-Branche schnappen, die wissen, wie das läuft, die wissen, wie man mit Studios und Publishern spricht, die wissen, welche Games wirklich spannend sind und da halt was aufbauen. Aber das scheint intern bei Apple, dafür ist Apple einfach nicht irgendwie, Gaming und Apple kommen da nicht so recht zusammen scheinbar. Es ist natürlich auch ein Markt, der relativ stark aufgeteilt ist. Also du hast ja zum einen die Konsolen mit ihren Anhängerschaften und dann eben die eingefleischten PC-Spieler, die gerne schrauben und nicht da gar nicht auf die Idee kämen, es auf dem Mac zu versuchen, wo sie eben gar nicht selber machen könnten. Und wenn Apple selber das Bewusstsein hat und sagt, unsere neuen Chips sind schneller als die GeForce 3000, hast du nicht gesehen, dann müssen sie eben auch dementsprechend liefern und sagen, guck mal, was hier alles Schönes gibt und guck mal, liebe Entwickler, wir geben euch das und das und das an die Hand und mach das doch und am besten exklusiv im Mac App Store, der die Nummer 1 Spielplattform werden soll. Also natürlich könnte Apple das machen. Und wie du schon sagst, mit Apple TV Plus hat Apple kein Problem, was die Qualität angeht. Also die können sie ja durchaus abliefern, aber es ist natürlich ein schlechtes Image, was sie nun mal anhängt im Sinne von Apple kann keine Spiele und die müssten halt auch nur Ausrichtung haben. Solange sie eben sagen, wir haben die erfolgreichsten Spiele, die eben nur casual sind und wir verstehen eben nur casual als Erfolg. Solange da das Geld fließt und die Abonnentenzahlen da sind, scheint das ja Apple zu reichen. Ja, ich meine, bei TV Plus hatten sie natürlich den Vorteil, dass sie eher ihre eigenen Exklusivinhalte halt hochziehen könnten. Klar. Wenn es auf Spiele münzt, ja hieße das, dass sie ja ein eigenes Spielestudio oder mindestens ein Publisher werden müssten und dann grätschen sie natürlich in noch mehr Märkte und das hat natürlich auch auf Regulierungsseite, hätte das wahrscheinlich auch wieder eigene Auswirkungen oder irgendjemand fährst du da natürlich auch vor den Karren. Ja, Malte wird mit mir schimpfen wahrscheinlich, weil ich habe bei unserem, wir sind gleich zum Hauptthema eingestiegen und haben unseren News-Bereich ausgeklammert. Deshalb fügen wir den heute... Ich wollte es nicht sagen, ich dachte mir, da fehlt noch was. In dieser sehr ungewöhnlichen Folge ohne Malte fügen wir den einfach hinten an, weil wir haben ja eigentlich auch immer eine Neuigkeit, eine Nachricht, die wir besprechen. Und diese Nachricht möchte ich auch nicht unter den Tisch fallen lassen, weil ich die sehr interessant fand diese Woche und da jetzt ganz frisch, nämlich dass Google jetzt angefangen hat, in Android seine Tracker-Warnungen zu integrieren, also halt ein Warnsystem, was halt auf alle Formen von verschiedenen Trackern, in dem Fall sind es vor allem natürlich auch AirTags anspringt, also AirTags, die einen praktisch begleiten, von denen man aber nichts weiß. Es war ja bis jetzt das Problem, seit die AirTags auf dem Markt sind, hatte ja Apple natürlich in iOS ein System integriert, was dich halt eben darauf hinweist, wenn dieser Tracker, wenn du den im Schlepptau hast und der nicht dein eigener ist und der auch getrennt ist vom Gerät des Besitzers, aber diese Warnfunktion gab es halt Android-seitig einfach nicht. Und dann hat Apple, hat ja diese Android-Tracker-Detect-App oder wie auch immer sie heißt, rausgebracht, aber die setzt ja voraus, dass du manuell nach den AirTags scannst. Und das ist natürlich zwar ein sinnvolles Tool, aber ist natürlich Käse, weil es dich nicht darauf aufmerksam macht, wenn du tatsächlich irgendwie von dem AirTag getrackt wirst. Und jetzt sind wir halt endlich so weit, dass es halt auf Betriebssystem-Ebene, Google und Apple haben sich da ja im Frühjahr oder vor mehreren Wochen und Monaten vielleicht inzwischen schon zusammengetan und gesagt, nee, wir brauchen eine Spezifikation, das muss auf Betriebssystem-Ebene integriert werden, das muss auch von der Branche unterstützt werden, also von den Herstellern, von anderen Trackern. Es gibt ja eben natürlich nicht nur AirTags, sondern es gibt ja auch viele verschiedene kleinere und größere Anbieter, die in dem Markt präsent sind. Und die müssen dann natürlich, müssen auch sich dieser Spezifikation anschließen. Und da gab es ja auch schon Samsung und Tile und ich meine auch die kleineren Chipolo, die sind sowieso ja mehr oder weniger da automatisch, fallen da sowieso automatisch mit rein. Sodass halt jedes Smartphone, egal welches Betriebssystem darauf läuft, halt vor dieser Form von kleinem Bluetooth-Tracker auf jeden Fall warnt an einem gewissen Punkt. Und ja, jetzt haben wir es in Android. Jetzt fehlt es natürlich noch in iOS beziehungsweise in iOS ist die AirTag-Erkennung natürlich mit drin, aber eben noch keine Erkennung für andere Tracker. Also die muss Apple noch nachreichen. Und Google hat da tatsächlich sogar sich entschieden, das ein bisschen aufzuschieben, da seine eigenen Sachen, seine eigenen Geräte parkt. Also auch Google hat ja praktisch vor, ein eigenes Wo-ist-Netzwerk aufzubauen, ein eigenes Tracking-Netzwerk aufzubauen, sodass halt auch die verschiedenen, verschiedene Hardware sich da eben auch reinhängen kann und dann halt über jegliches Android-Smartphone praktisch geortet wird, an den Server weitergeleitet wird, so wie halt auch Wo-ist und das Orden von AirTags funktioniert. Und das schieben sie jetzt noch auf, das einzuführen, bis nämlich Apple seine Komponente endlich umgesetzt hat. Und ich hoffe, das kommt bald in iOS. Man hat noch nichts davon gesehen in iOS 17 und es gibt auch noch keine Ankündigung. Aber ich glaube, bis Jahresende müsste da eigentlich noch was rausfallen. Hast du denn mit den Android-seitig mit irgendwelchen von diesen Trackern Begegnungen mal gehabt? Also ich meine, im iOS-seitig gibt es da ja jetzt inzwischen ein ganz ordentliches Angebot schon. Also sind diese Google-Tracker denn jetzt schon verfügbar? Nein, die kommen doch erst noch. Also die direkt von Google? Nein, also ansonsten nur die klassischen Tracker, die man eben auch schon kennt, die man eben auch mit der eigenen App nutzen könnte, wie von Tile zum Beispiel. Und Chipolo will ja dann einfach beides machen. Von Chipolo gibt es ja auch die Wo-ist-kompatiblen-Tracker. Und dann gibt es eben noch die eigenen. Ja, und dann kommen später noch welche, die halt spezifisch mit Google-Net, also das heißt, die fahren natürlich dann dreigleisig, wenn du so willst. Ja, aber das ist ja auch letztlich, das ist ja letztlich die Vorgabe, wenn sie eben bei Find My Nutzen erkannt werden wollen, dann dürfen sie eben auch nicht ihr eigenes Netzteil betreiben, Netzwerk betreiben. Ich frage mich dann, warum Chipolo überhaupt noch ein eigenes Netzwerk betreibt, wenn die dann von beiden Seiten in die Mangel genommen werden. Und vielleicht sogar noch von der dritten Seite, wenn dann Samsung kommt, je nachdem. Schwierig. Ja, ich meine, aber man muss auch sagen, dass du unterm Strich hast, und das war ja auch immer das Problem von Teil, die ja sehr früh dran waren mit ihrer ganzen Geschichte, dass die sich da halt nie irgendwie etablieren konnten, weil es halt viel zu wenig Nutzer gibt, während halt iOS und auch Android ja noch mehr halt so omnipräsent sind, dass halt diese Form von Ortung halt extrem gut funktioniert. Gerade Android-seitig wird man ja auch, du kannst davon ausgehen, dass du halt alles, was du da in diesem Android Netzwerk praktisch verlierst, wirst du auch ziemlich schnell wiederfinden, zumindest halt in der Stadt. Ja, und ich glaube, die Android-Tracker, die gehen sogar ab Android 6, also schon ewig alte Systeme. Also das ist eine Riesenbasis, die sie dann bereithalten. Also schon Wahnsinn. Es könnte noch deutlich genauer sein als die AirTags. Und das ist ja schon ein sehr gutes Netz im Stadtbereich. Ja, also ich hoffe, dass diese Schutzfunktion bald in iOS einzieht, weil ja, es gibt eben mehr. Es gibt ja jetzt schon eine App, die kann ich auch mal verlinken. Die heißt, die ist von der TU Darmstadt. Mir fällt natürlich gerade der Name nicht ein. Ich verlinke die in den Shownotes. Es gibt also eine App von einem Drittanbieter, der das Android-seitig schon relativ lang als Warnfunktion bereitgestellt hat und diese App auch auf iOS gebracht hat vor ein paar Monaten. Ja, das heißt glaube ich auch Tracker Detect oder sehr ähnlich so, dass die eben auch im Hintergrund laufen kann in iOS und damit dich auch eben auf andere Tracker im Schlepptau aufmerksam machen kann und auch überhaupt einen interessanten Einblick darin, da rein bietet, was eigentlich für Tracker in deinem Umgebung halt sind. Also ich sehe halt da plötzlich, da sind irgendwelche Samsung-Tags und Tiles und alles, irgendwo, die halt in der Nachbarschaft sind und wo man irgendwie vorbeiläuft oder so und man bekommt mal ein Gefühl dafür, wie viele von diesen Trackern neben den AirTags sowieso ja auch bereits halt aktiv verwendet werden. Also wenn du halt natürlich durch ein Stadtgebiet läufst, wirst du an einer ganzen Reihe von Trackern halt inzwischen einfach von diesen Bluetooth-Trackern einfach vorbeimarschieren. Also das muss man einfach, glaube ich, sollte man sich darauf einstellen. Deshalb ist es halt auch so wichtig, dass das auf Betriebssystem-Ebene umgesetzt wird. Ja, gut, das wird also bald, das wird also hoffentlich bald, bald passieren. Ja, dann würde ich sagen, wir machen zu für heute, schauen, was uns Mac Gaming bringt und schauen, wann unsere Tracker-Verhinderungssachen reinkommen und werden uns bei der nächsten Folge und wir hören uns bald wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschau. Tschüss. 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 Vielen Dank.